BKA sucht missbrauchtes Mädchen und Tatverdächtigen Mit einem Foto sucht das Bundeskriminalamt in der Öffentlichkeit ein ca. 4 bis 5 Jahre altes Mädchen. Sie soll von einem unbekannten Tatverdächtigen sexuell missbraucht worden sein. Mit einem Foto eines ca. 4 bis 5 Jahre alten Mädchens fahnden das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main gemeinsam nach einem unbekannten Tatverdächtigen und dessen minderjährigem Tatopfer. Der unbekannte Beschuldigte steht im Verdacht, ein etwa 4 bis 5 Jahre altes Kind mehrfach schwer sexuell missbraucht, Aufnahmen des sexuellen Missbrauchs hergestellt und diese anschließend auf einer kinderpornografischen Plattform im sogenannten Darknet verbreitet zu haben. Das Kind hat blondes bis dunkelblondes Haar, einen glatten geraden Pony, rundes Kinn, Stupsnase, die Augenfarbe ist vermutlich braun. Die Bild- und Videoaufnahmen des sexuellen Missbrauchs des betroffenen Kindes wurden erstmalig im Juli 2017 auf einer kinderpornografischen Plattform im sogenannten Darknet entdeckt. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das BKA gehen davon aus, dass die Tathandlungen in dem Zeitraum von Oktober 2016 bis Juli 2017 in Deutschland stattgefunden haben. Ein fortgesetzter sexueller Missbrauch ist nicht auszuschließen. Die bisher erfolgten Fahndungsmaßnahmen haben bisher nicht zur Identifizierung des äußerst vorsichtig agierenden Tatverdächtigen geführt. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das BKA gehen davon aus, dass das Opfer auch weiterhin dem Zugriff des nicht identifizierten Tatverdächtigen ausgesetzt ist, sodass ein fortgesetzter sexueller Missbrauch des Kindes nicht auszuschließen ist. Da keine weiteren Ermittlungsmöglichkeiten bestehen, hat das Amtsgericht Gielsen eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildaufnahmen des Opfers angeordnet. Die Behörden hoffen, mit Unterstützung der Öffentlichkeit das bisher unbekannte Opfer und den unbekannten Tatverdächtigen zu identifizieren, sowie einen nicht auszuschließenden andauernden sexuellen Missbrauch beenden zu können. Hinweisen nimmt das Bundeskriminalamt Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 55 18444 entgegen oder auch jede andere Polizeidienststelle. Chromecast Channel Danke für deine Beobachtung. Bitte abonnieren und teilen. Danke. 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 Danke.